jo hey willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zu let's play king der mars beruf bei sleep final mix jetzt folge haben wir den palast der träume abgeschlossen und wir sehen ja schon die nächsten welten und gott das ist das ok wo das spoiler und ja jetzt sind wir hier vor dem zwergenwald der komische feenstaub der herumspielt er ist nicht mehr da ok was auch immer gut gehen wir jetzt sagen weil trainer aus bin ich gemacht glaube ich wohl das mal gucken ich glaube ich habe nichts gemacht ich gehe jetzt nicht in hat mir ein nech der bat folge der ein like oder abo oder kommentar hinterlassen das wäre sehr schön von euch und ich weiß nicht wie ich von den ein thema auf der andere kommen aber okay ja warum wie lange die welt dauert ich höre ich auch nur eine halbe stunde haben wien denn da ich werde auch das ist alles die stimme von malefix das wäre jetzt aufgefallen wahrscheinlich ist sie ist das alles mal gut das wäre jetzt alles aufgefallen meine gute Ich habe einen Schmerz auf der Bühne, wer ist der fairest von allen? Fahne ist deine Schönheit, Majestin, aber oh, eine liebige Frau, ich sehe. Alas, sie ist mehr fair als ich. Alas, für sie. Reveal sie ihren Namen. Lippen wie die Räume, Hörn wie die Bühne, Hörn wie die Bühne, Hörn wie die Schnee. Hörn wie die Schnee. Schnee, Bühne. Ich bin ein Schmerz, der weiß und sieht alles. Wie ist das? Ich bin ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz? Warte, was der Master Xehanort hier ist? Wer geht da? Mein Name ist Terra. Ich schaue einen Mann namens Xehanort. Master Xehanort. Ich dachte, vielleicht hast du ihn gesehen. Bist du in den Heim gekommen? Das Name ist von keinem Konsequenz für mich. Warte. Ah, ja. Ich habe eine Aufgabe für dich. Wenn du zufriedenst, werde ich dem Schmerz fragen, wo du diesen Master Xehanort findest. Und der Schmerz weiß? Nein. Du wirst mich fragen, was du zufriedenst? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Was ist das? Was ich zufriedenst, was ich zufriedenst, ist ihr Leben. Ich habe mehr als genug von ihr Licht gehabt. Was hat diese Mäden zu dir gemacht? Das ist keine Worte von dir. Ich habe nicht zufriedenst, was du zufriedenst, was du zufriedenst, was du gesagt hast. Was ist das? Woher kann ich sie finden? Außen der Kastel. Es gibt eine Glade von Wildflowers. Du bist aufgerissen. Jetzt geht's und sie dort suchen. Was ist das? Was ist das? Ein Herz der Licht. Das Snow White ist meine beste Chance. Vielleicht wird sie mich näher zu dem Master Xehanort. Aber was, wenn ich... Nein. Ich lasse das nicht passieren. Oder? Alle Stimme von Malefiz. So aussieht es auch noch hier. Was vertrittst du hier? Wettvollzeit bringen wir schnell das Herz der Prinzessin. Und die Musik. Ich habe... Ich habe mir ein neues Vita, glaube ich, gekauft. Oder? Habe ich in dem letzten Part schon, ne? Ich weiß es nicht. Der Musik. Der Musik. Wir sind hier mal etwas bessere Musik. Ich finde ich. Boah. Boah. was sagt ich habe voll viel an das kräftige karl 1 in der rallye wird spät aber egal Was ist das? Doof. Doof. Oh, du komm her. Oh, warte. Okay, ich hab halt Gelb beeingambelt. Au. Au. Auf die Attacke geachtet. Ja, komm mal her. Ja, gut. Gib mir das hier. Boof. Doof. Und zack. Oh, mein, das Hals. Den nicht. Komplett getötet, das aber. Oh, das brauch ich gar nicht. Wartet. 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 Ein paar Leuchttestellen und also was kann ich gebrauchen. Also auch nicht so viel. Lass mal einen Stern von euch machen. sauber. Oh, der hat gefallen. Haha. Da hat er gefallen. Haha. aber nicht schön jetzt komme ich dahin mein gott geht da jetzt schon herunter ich glaube die länge das irgendwie andere so schnell geht darunter habe ich überhaupt vorher jetzt nicht extra noch mal hochgehen sonst kommt ja auch nicht da hoch vielleicht sturmlauf macht man das macht ich habe auch sturmlauf ich habe auch kein sturm auch immer ventus ventus nicht aber erst mein ding für aufklagen hier manchmal neuste ausgezeichnet welche und sagen in tuss so eigentlich reichen jetzt nicht wahr oder ich komme da hoch ich komme da hoch na warte nein da ist es nicht wahr immer nach oben wieso komme ich da nicht hin ich muss mich doch da festhalten kann ich mich da nicht fest sein er ist auch voll verarschung jetzt hat nicht nein ja genau ich verarschen ja auch noch gebe ich nicht auf das noch mal ganz schnell kommen 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 kommt von kopf ran hier nein das gibt es nicht ich bin der beste spieler allerzeiten ich habe hier sagen wir erst mal als ein feuer salver haha ich bin der beste klinge macht schlafzeichen ja vor allem ist nichts mit fuchs sind das reicht doch schon mal los dort haben wir das aber ein schwertwurf zeit mal schwertwurf und blitz betäubungsklinge und über sich abschluss meister ausgezeichnet meine abschützange für die schon schaden genug machen da war jetzt ein geburt aber wir haben es geschafft und das ist das zählt da sind wir mehr ab doch jahre gerade ein abschlusskommando ist immer noch nicht weil habe ich feuersbrunst jahre weiß es geht hier sehr schleppen voran gerade aber der first konzert noch nicht das hier nachgucken man schaltschatten ja ich freue so ich bin mir kaputt ja und ich möchte gar nicht mehr hier meine ich damit kürz der kleine sehr gut das war stark da ist er noch mal schiffen hier ok doch mal meine mit abschluss meister der schaden von abschützungen also ja dann hast fatale sind also matthia mehr abzieht ich habe die idee das klappt glaube ich nicht da muss ich aktivieren durchsatz wird geöffnet ich weiß nicht nur gut da war noch was war er ist auch meine dati oder was sagt immer so combo abschließend noch geachtet so was egal ja ja so ein mächtiger abschluss angeklappt nicht aber noch mal fehler wie möglich wenn es geht nein da haben wir ja alles ich glaube ja wenn das co ja so wir haben ja alles ich brauche ein paar sachen zum sturm an der kreiswort sturm laufmännisch schwert weil sie klassiker alt und alles was ich nicht zum moment habe eisklinge bei sturm laufmännisch fusionieren schwertwurf und gibt klinge vitalität ausgezeichnet habe ich nicht drauf gehabt 6 ht das ist wirklich ein bisschen mehr als die anderen alle beide weil sie nicht mehr weil sei das so war ja dreimal dreimal so da ist die karte wahrscheinlich da ich meinte dass hier nicht da oben auf machen ist nicht überrascht mit der irgendwie die verdammte tour zu klein und zwar aber da kommt ich glaube ich war immer wieder zurückkehren zu einigen orten der kleidung sieht so habe ich aus den gegensatz mit anderen prozessen nein es ist Es ist wahr, dass ihr Herz purem Licht ist. Sie ist diejenige. Was ist das Problem? Der Name Zehanort bedeutet dir nichts? Warum, warum nicht? Ich glaube, dass ich das Name nie gehört habe. Jetzt was? Unverschlich! Ja, und das wird zu Ventus Story. Ich bin hier sehr hoch ausgeschlagen gerade. Und ja, das ist ein Moment, wo Ventus Schnellchen, meine Güte, getroffen hat im Wald, wo sie am Bein war. Und ich habe es schon von Kilometer weit entfernt gesehen. Lass mich raten, wir sind noch keine Truhen gespawnt oder so, ne? Boah! Das ist eure Schuld! Eure Schuld! Toilbuchslinge! Da sorgt der Unterschied zwischen Fesselschlacken betreut. Was fällt das? Und ich geb da rein. Hast Du auch das. Ich kann Meu' auch hier. Übe mastery. Diener das einfach zu sein. Nein! Halt! Leuch Velvet Baby! Ahle ichiten das hinter unmute �er Procken. damit sturm auf nicht so weit so einen weiten weg zurücklegen wie die dinge und stirbt und stirbt noch mehr und sind vielleicht schon ein bisschen früher einsetzen sollen aber was soll ich mag mal ein bisschen weil irgendwie direkt wenn ich mich da rein verbandet habt ihr scheint da irgendwie nicht so schnell aufzunehmen weg wenn man auch nicht so ist man meiner vielleicht und sterne kassen danke hat diesen ziel suchen jetzt merkt statt erst immer durfte man immer nur in eine richtung schauen kann mit dem angriff bei diesem ziel suchend luft grätsche noch so ein ding aber das hätten wir vorhin gebrauchen können dieser move macht mehr oder weniger sturmläufe ja unbrauchbar wenn man irgendwelche orte erreichbar ich weiß nicht nur ein paar scherben fliegen zu lassen ich sage ja wieder schon wieder aufgelenkt immer haben es mir gleich was kaufen ich wollte mir darauf erwerben hier ist ja jetzt kann man sozusagen in der luft wieder die tag hat den er machte allerdings immer noch sehr wenig weg damit zurücklegen ich muss mir wieder wieder holen ach nee ich komme jetzt in vitrall erstellen und manchmal zwei bieters nennen was war da mein gott sagt und dann am besten leuchtkistall das kann die verkehrt sein trotzdem weiß wiederholen gerade mal so sagt er hat mal da kommt aber nicht hin wo wird es schon fast verzeihung hier bewegt sich zurück lege ich habe ich gesehen hier habe ich nicht gesehen dass hier rausgekommen ich weiß nicht noch meinen ganzen gegner im planen die auf dem weg sind obwohl vielleicht sollte ich habe ein taler geholt wo ich bin kurz davor die meisten die drei jungs level war immer noch feuer und als dingen ein abschlusskommando ich habe eine sehr geile möglichkeit von wie man die stile hochlemmen kann ohne die erfahrung zu sammeln aber es sagt man kann man muss einfach mit entweder oder aqua hat man das kommt dann kann ich zum dinge es gehen schon lasst auch diese komischen wippen die man mit ventus damals angerufen hat wo man wirklich gelernt hat die man angreifen kann man das einsetzen kann eigentlich nur jetzt mal maximal sein weil diese dinger kann man eigentlich alles annehmen kann auch in disneytower mit spoiler man kann auch in disneytower irgendwie also briefkästen oder so einsammeln und irgendwie feuer einsetzen als ersten angriff einfach angreifen und verwalten sich auch den feuer zum stil ein diamanten staub stil wenn man eisangefrau eingesetzt hat wenn irgendjemand so schnell wie möglich die kommandos hier die abschlusskommandos haben will wenn irgendeine welt gehen wo es angreifbare gegenstände gibt und tja feuer angreifen oder eisangefrau einsetzen je nachdem welchen sie man bekommen will dann kriegt man schon alles hochgelämpft wenn es eigentlich zu nervig ist alle gegner irgendwie dabei zu bekämpfen einfach nur weil sie nicht einfach ein objekt angreifen ins medien gehen dann geht man den flotest du raus und dann nochmal machen wir dann eigentlich am schnellsten ich kenne gar nicht wie du angreifst ok kämpft jetzt noch mal gegen die recht jawohl ja wenn wir mal hart katal ist weil ich bräuchte noch schneller kaputt wie kannst du es war also zeichnet schwertfall gelabelt ich habe viele sachen von sturm lauf und wie war das noch mal das meister ja noch mal nicht noch mal machen oder so was neues nehmen mal freundlich ich habe ja das auch nicht schlecht er ist noch nicht aber noch hier eis und ich denke uns einsetzen kann ich auch mal jemanden staub jetzt hier mit aus warte mal das müsste ich auf dem mitbekommen aber aber ich habe mir geld bei gold drauf so vier ich habe hier ok bei gold werde ich so oder so das sowieso einer der schwierigsten dinger jetzt mal aufleveln muss könnte mein man würde genug gold kriegen aber dort trotzdem sehr lange irgendwie stadt die war so schnell wie möglich hier und kenne die rüte war doch voll auf mich gerichtet Ich habe dir gesagt, dass ich mir ein Herz Snow White bringe. Eine Reise, die ich zu ignorieren wollte. Du wirst, du sagst, dass du Radiant bist, aber alles, was ich sehe, sind Schäden der Jealousie, steigend auf deinem Herz. Du wirst du für solche Insolven. Magik-Mirror auf der Bühne. Konsüge diesen Pfarrer einmal und für alle. Alas, mein Liege, das kann ich nicht tun. Ich habe keine Macht, zu sagen, die Antwort ist wahr. Du möchtest dich, deine Königin zu retten? Ähm... Okay, den Kampf kennen wir schon. Also Arkwas Story. Und zwar der Kampf gegen den bösen Geist des Zauberspiegels. Ich glaube, das finde ich immer noch geil. Ja. Brauchst du Feuer? Ach man. Es muss sein. Let's go! Let's start! Mein Gott, das ist voll trippy, ja? Oh, ne? Oh! Mein Gott, der ist schon gleich tot! Ah, ah, ah! Da mal! Warum lachtest du so blöde? Ja. Da lass doch so blöde. Hier gibt's doch nichts zu lachen. Hallo? Pfff! Pfff! Ha ha! Ha ha! Ich hab' einfach das blöde Ding dir... Ding, das Gesicht. Ha ha ha! Ha ha! Was? Oh mein Gott! Alter! Das war schon! Das war doch kein Bosskampf! Die kommt doch nicht mal auf die Idee, ein Spiel kaputt zu machen oder so, ne? Da bin ich wieder... Da bin ich wieder... Da bin ich wieder... Hab' die Maske kaputt geschlagen? Jetzt hast du den Schiff. Wo kann ich mich finden, Master Zayn? Ich hab' dem Feuer in die Fresse geschlagen, was sehr einfach ist, da nur auf seinem Gesicht besteht. Marcus Merrill entstreckt diesen Knabe! Gib' ihm die Antwort, was er solltet! Beyond both light and dark he dwells, where war was waged upon the Fells... Is that all? Ja. Thanks. You've been a big help. da war ja folgt auf ganzer linie der kampf war das einfach nur schwer auf ihn geworfen aber macht ja noch ein leben das kommt ja auch noch bitte nicht jetzt lass mich erst ich habe jetzt nicht man stimmig irgendwie den bekommen okay kann man muss man steigen wird aber ich oft machen werde ist jetzt erst einmal zum land des aufbruchs gehen und war durch zeit hat einfach mal statt meide wir gehen mal zum landes aufbruchs zum berggipfel man ist auch was ist übrigens nichts keine gegner oder sogar mal nur vier tun nicht eingesammelt habe ob das teile und so drin war nichts besonderes und ja nicht hier die dort wenn man später irgendwann mal sehe forschen bringen ja da haben wir zum beispiel was wunderschönes hier ich brauche es mal feuer aber ja da mal folgendermaßen damit feuer zu uns ich nehme ansatz hier ist feuer zu uns nicht so ich muss keinen ich muss irgendwas machen im kampf anscheinend muss nichts einsammeln oder so ich glaube schläge oder so wie sie noch das stimmt so dass hier ist die gleiche farbe wie sagt man ist hier fast und wir machen jetzt folgendes warten bis feuer aufgeladen ist es war so groß bleibt natürlich jetzt einfach an und wo es kommt das gemeintes menü und gucken ein punkt geil oder noch mal jetzt so lange bis wir feuer kunst weil sie nicht zehnmal oder je nachdem wir brauchen eingesetzt haben so mein menü gehen dann ist er direkt schon weg aber ich glaube der erste angriff ist feuer sein was jetzt gerade nicht der fall gewesen ist ich hoffe auch der 2.5 noch mal zweimal eingesetzt und zwei dinger bekommen soll da mache ich jetzt aufs fliehen und in der nächsten folge sehen wir uns damit nicht den abschlusskommando ja freigeschaltet haben und ja sehen wir uns wenn wir zum meister jens hitz wieder ein besuch abstatten gehe mein gott war dramatisch zu falsch und ja wir sagen ich bedanke mich herzlich zu schauen wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play kingdom arts beruf das lieb feinemix dankeschön fürs zuschauen wenn ich euch was gefeiert könnt ihr ein like und abo und kommentar hinterlassen dann sehen wir uns in der nächsten folge tschüss